Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch unserer Interviewreihe, diesmal mit Frau Lotte Hartmann-Kotteck. In den frühen Jahren der Gestalttherapie in Deutschland wurde Dr. Lotte Hartmann-Kotteck Gestalttherapeutin, nämlich 1976. Zuvor promoviert und approbierte sie bereits in den 1965er Jahren in Psychologie und Medizin. Sie setzt sich leidenschaftlich für die gesellschaftliche Anerkennung der Gestalttherapie ein. Denn die Wirksamkeit der Gestalttherapie und der dialogischen Psychotherapie hat Frau Lotte Hartmann-Kotteck durch ihre jahrzehntelange Praxis als leitende Ärztin einer psychosomatischen Klinik als Gestaltlehrtherapeutin, Ausbilderin für die Psychologenkamera erfahren können. Anschaulich nachzuvollziehen ist dies in ihren grundlegenden Fachbüchern, Vorträgen und Kongressen. Aber besonders durch ihr unermüdliches Engagement und Herz für eins, der Gestalttherapie. Ja, ich sitze heute hier mit Frau Lotte Hartmann-Kotteck. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen heute und wir ein Gespräch zusammen haben im Rahmen des Buba-Jahres des Instituts in Berlin, des Kontaktgestaltinstituts Berlin. 100 Jahre Martin Bubas, ich und du, die Geburt der dialogischen Gestalttherapie. Herzlich willkommen. Und ich danke für die Einladung und für die Idee dazu. Das finde ich auch wunderbar. Und dass Sie bis nach Kassel gekommen sind, das finde ich auch wunderschön. Wunderbar, dass wir bei Ihnen heute das Interview machen können. Und vorab auch die Frage, Frau Hartmann-Kotteck, was ist denn Ihre Beziehung zu Martin Buber? Was verbindet Sie mit ihm? Also ich hatte früher eine Verbindung, bevor ich wusste, dass es eine Verbindung zu Martin Buber ist. Denn ich hatte zu seiner inneren Einstellung eine Verbindung. Und das kam so, als ich herumsuchte, welche Psychotherapieausbildung möchte ich denn eigentlich angehen? 60er, 70er Jahre. Ich guckte ja so in alle Töpfe. Und das Naheliegendste war damals die Psychoanalyse. Da habe ich mich auch sehr kundig gemacht. Damals arbeitete ich an der Uni Nervenklinik in Bonn. Und da gab es auch eine psychoanalytische Abteilung. Und da habe ich also alles, was da so hausintern angeboten war, habe ich da mitgemacht und durfte auch in deren Gruppen protokollieren. Und kriegte also mit, wie so die Arbeit verlaufen ist. Und obwohl ich die Kollegen, wenn wir in der Freizeit miteinander umgegangen sind oder beim Mittagstisch oder so, ganz richtig prima fand und wir uns wunderbar unterhalten haben, sobald die in der Rolle waren, da fing ich an zu frösteln. Und als ich in der Gruppe saß und merkte, wie, da waren ja handverlesene junge Leute, die man da ausgewählt hat, so eine Gruppe mitmachen zu dürfen. Und wie ich gesehen habe, wie die, obwohl sie ursprünglich hochmotiviert waren, immer stiller wurden und frustriert wurden und eigentlich ihren Mut auf innere Verwandlung, auf Veränderung verloren haben, dachte ich, das kann es ja wohl nicht sein. Das ist es nicht. Und ich muss sagen, das war super wie dir vom Allerhöchsten dort und alle waren guten Willens und die meinten, sie müssten sich so verhalten. Und das war also 1972 war das, 1972, 73. Und da war zufällig, also Zufall oder nicht, kam da in Bonn, deswegen jemand von, der war mit seiner Frau auf der Weltreise, aber ursprünglich kam der aus Esserlen. Ja, also das ist so ein Zentrum, von dem aus die neue Psychotherapie, also Impulse ausgehen und ich erinnerte mich, jetzt muss ich also einen Einschub machen, ich erinnerte mich, dass ich schon in den 60ern, das war, wann war das denn, muss 1962 gewesen sein, ja, da kam Charlotte Bühler, da war ich noch in Freiburg, wo ich Examen gemacht hatte, kam Charlotte Bühler vorbei, die wurde irgendwie geehrt in Bonn, ihr Mann lebte damals auch noch und die erzählte uns, dass da, also in Kalifornien, da tut sich einiges, da ist die Unzufriedenheit der Psychotherapeuten mit dem, was da offiziell angeboten war, war enorm groß, da gab es halt die, die VT war ja da sehr repräsentiert und die hat aber eben das meiste in die Blackbox gepackt, ne, alles was mit Gefühl zu tun hat und mit Beziehung, das landete in der Blackbox, weil man sie ja wissenschaftlich nicht fassen konnte und was man wissenschaftlich nicht fassen konnte, das hat es für uns nicht zu geben und man wollte ja redliche Wissenschaft machen, also ich kann da ja auch, ich habe ja nichts gegen redliche Wissenschaft, aber dass man dadurch einen Teil oder den wesentlichen Teil, jedenfalls in der Psychotherapie, der dafür nicht taugt, dass man den aussperrt, das ist ja auch eine Milchmädchenrechnung und das andere war, dass die Psychoanalyse damals, dass die erstarrt war in dieser Abstinenzregel, also ich kann mich noch erinnern, da gab es ein Lehrbuch von dem Grinsen, ein sehr, sehr honoriger Lehrtherapeut in den USA, dass der in seinem Lehrbuch dafür gekämpft hat, dass es doch bitteschön erlaubt sein sollte, wenn ein Analysant, der gerade von der Beerdigung seines Vaters kommt, dass man dem ausnahmsweise mal die Hand geben dürfte und zum Beileid gratulieren. Also so krass war diese Regel des sich Zurückhaltens und also keine Emotionen zeigen. Ich verstehe es ja, woher das kommt, Freud, es machen Schlenke nach rückwärts, Freud, ein Kind der Aufklärung des 19. Jahrhunderts, wollte ja, dass die Psychoanalyse als Wissenschaft angesehen wurde und damals galt als Wissenschaft nur, was analysierend beobachtet werden konnte und wurde und wo eben keine Subjektivität, keine Emotionalität, nichts, was aus der Beziehung stammen könnte, dass das herausgehalten werden musste. Das ist ein großes Vorbild, Wilhelm Wund in Leipzig, der da also prägend war und mit dem er auch noch Freud eine Korrespondenz führte. Okay, also es ist verständlich, warum das alles so gelaufen ist, aber es ist eben auch ganz wichtig gewesen, dass bemerkt wurde, was fehlt denn in der Psychotherapie, weswegen gehen denn die Leute unbefriedigt heraus oder wenden sich dem ab und da ist eben, und das ist ja auch eine gewisse Revolution gewesen, da haben sich also welche zusammengetan, waren viele Emigranten aus Deutschland dabei, zum Beispiel auch Kurt Goldstein und eben Bühler war auch dabei, gut, die ist schon etwas früher, schon in den 30er Jahren nach USA oder in den Jahren, egal, jedenfalls, und Karl Rogers war dabei, der also mit seinem Empathiekonzept doch schon sehr vorangeschritten war damals und Abraham Maslow, der also eine Erkenntnis theoretisch eine Steilvorlage gemacht hat mit seinem Höhepunktleben, dass das eben ganz wichtig ist, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren in der Psychotherapie, weil wir immer in der, also auf die Pathologie fokussiert haben, was eben auch von der Psychoanalyse ausgegangen war. Also, dann, und wer ganz wichtig war, Virginia Satir, eine ganz lebendige, leidenschaftliche, humanistische Familientherapeutin, die, von der, ja, habe ich also auch noch gelesen, wie sie die damalige Bewegung empfunden hat, also es wären sich alle einig gewesen, dass es überhaupt nichts bringt, einfach nur in der Pathologie herumzustehen, man müsse den Menschen mit seinem Potenzial wahrnehmen und ihm dadurch helfen aufzurichten und zu einem Selbstwerterleben zu kommen, das ihn ermutigt, die nächsten Schritte, die anstehen, um eben das, was schiefgelaufen ist, mitzuleisten. Also, es war eine Kehrtwendung in der Wahrnehmung. Man nimmt Ressourcen wahr und hat eine positive Einstellung zu all dem, was aus Gründen der Umstände meistens noch gar nicht möglich war, zu entwickeln, also potenzialorientiert. Und man orientierte sich am Prozess und achtete auf den Schritt für Schritt und machte sich nicht im Voraus, wie das die VT gerne macht, eben einen Plan, wo es hingehen muss, sondern achtet, wo stehen wir jetzt und was könnte das Nächste sein. Diese innere Haltung entsprach einer, ja, einer Begeisterung für den anderen, eine Ermutigung für den anderen und eine, ich will mal sagen, latente Liebe zum anderen, Wertschätzung und Liebe. Und da kommt jetzt die Frage nach Buber herein, der ja in der Gestalttherapie eigentlich der adoptierte Vater ist. Also der geistige Vater, nachdem, jetzt komme ich jetzt auf Pearls zurück, Fritz Pearls war ja ursprünglich ein begeisterter Psychoanalytiker. Und da freut war da sein Wunschvater mit dem eigenen, da gab es ja Schwierigkeiten, das wissen wir ja alle. Und so suchte er also ein anderes Leiterbild. Und er, gut, er war immer schon ein Affront terrible und ist sich da also auch treu geblieben. Er war dann auch für die Psychoanalyse ein Affront terrible, weil er da doch auch einiges eigenes einbringen wollte. Die entscheidende, der entscheidende Eindruck, der dann für später auch wohl die Marke abgegeben hat, warum sich die Gestalttherapie von der, ich mache schon so eine Handbewegung, von der Psychoanalyse getrennt hat und was eigenes werden wollte, oder ist auch gar nicht, es war gar nicht mehr zurückzudrehen, war, dass Fritz Pearls und Lore, sie waren frisch verliebt 1926 in Frankfurt, dass sie Martin Huber gehört haben und also seine, der hat dort Vorlesungen gehalten über Ich und Du, das ja 1923 erschienen ist, es aber relativ frisch war und und dass die, sagen wir mal, die Vision, die Uwe früher einmal hatte, umgesetzt hat in etwas, in den zwischenmenschlichen Bereich, der natürlich der wichtigste Punkt für die Psychotherapie überhaupt ist, wie wir aus der heutigen Forschung von Bambold und so wissen. Die beiden saßen Bube gegenüber und waren, so habe ich es später von Lore gehört, Lore habe ich in den 80er Jahren, da kamen sie von New York nach und sie sich einladen nach Deutschland, organisiert hat es damals Christina Schneider und ich war also in so einem Seminar und wir haben gedacht, oh wunderbar, die Lore, die fragen wir über ihre Biografie aus, das wäre doch, da erfahren wir noch, was wir sonst nicht durch das Lesen erfahren könnten und sie erzählte auch gerne aus jener Zeit und ich weiß noch, wie ihr Gesicht geleuchtet hat, als sie von diesem 26er Jahr gesprochen hat und sie hat uns berichtet, auch der Fritz war überwältigt und habe gesagt, wenn man in so einem, wenn man es so jemandem gegenüber sitzen kann, dann fühlt man sich, als ob man eine Chance bekommen würde, das Leben nochmal neu anzufangen und besser anzufangen und das, was nicht so gut gelaufen ist, wird einem geschenkt und der hilft einem, dass es besser laufen kann. Und der Fritz war also auch sehr ergriffen und fühlte, da ist ein Feld, das der Pube anbietet, von dem man sich ergreifen lassen kann und das in einem selber Kräfte weckt, die man vorher nicht gespürt hat. Kräfte der Entwicklung, der Potentialentfaltung und auch Kräfte des Wertgeschätztseins, Kräfte, die sagen, es ist schön, dass du da bist, es ist in Ordnung, dass du da bist und es ist in Ordnung, dass du du bist in deiner Individualität und jeder von uns ist anders und es ist in Ordnung. Du musst natürlich auch Antennen entwickeln, dass das für dein Umfeld, für die anderen, das gehört dazu, aber sonst ist es wunderbar, wenn du dich entfaltest. Und das ist also die Botschaft, dieses Ich und Du, das haben die damals erlebt und sie waren offenbar ganz erstaunt und unterhielten sich darüber, wie viel anders das ist, als wenn sie, die machten damals bei der Lehranalyse, als wenn sie im psychoanalytischen Setting waren und fast nichts gesprochen wurde, wo eben keine Emotionalität ausgedrückt würde und wo eher die Zielvorstellung war, ein Nicht-Kontakt, um den Analysanten nicht zu beeinflussen, kann eine gut gemeinte Intention gewesen sein, aber jedenfalls der Fritz, der brauchte Resonanz, wir wissen ja, er ist als strukturschwach zu sehen und insofern bräuchte er wirklich noch ein Gegenüber, das Resonanz gibt. Bei der Lore war es nicht so nötig, aber Lore sagte, also profitiert habe ich da bei der Lehranalyse eigentlich nichts, ich habe es mitgemacht, ich wollte mitreden, es gehörte halt dazu. Aber die Lore war begeistert von dieser Atmosphäre und sie hat mehr noch als der Fritz, bis zum Schluss hatte sie diesen Bube-Ansatz, war sie voll identifiziert und hat ihn umgesetzt. Und hat sich ja auch dann auch später und zum Glück stark gemacht, dass der auch der Ansatz des Mainstreams in der Gestalttherapie wurde. Denn wir wissen ja alle, die zwei, Lore und Fritz sind dann eigene Wege gegangen, als sie nach den USA ausgewandert waren und Lore blieb in New York und das war dann der Ostküstenstil. Und der Fritz war dann hauptsächlich an der Westküste und zu seiner Zeit, in seinen späten Jahren, da konnte man noch Ostküsten- und Westküstenstil unterscheiden. Und der Fritz hat eben schon auch mal etwas, ja sagen wir mal, etwas harscher in seinem Stil, dass nicht alle Leute gut vertragen haben. Einige konnten noch, also jedenfalls die Belastbareren konnten damit viel anfangen. Aber manchmal hat er dann wohl auch, jedenfalls nach Aussagen von Lore, hat er manchmal dann auch schon Schaden angestellt. Und das hat die Gestalttherapie eine Zeit lang auch in Verruf gebracht. Und ich kann mich noch erinnern, kleiner Seitenschleife, als ich angefangen habe, 72, 73, da haben wir auch noch ganz expressiv die Matratzen verklopft. Und ich habe das Gefühl gehabt, also es ist nicht so ganz mein Ding. Das ist ja auch die Zeit. Ja, ja, aber wir haben innerhalb von zwei, drei Jahren gesagt, also wir werden den Stil europäisieren, haben wir gesagt. Ja, also wir werden ihn kleinschrittig und feinfühliger machen und haben dann nicht mehr, wir haben, wenn Wut auszudrücken war, vorübergehend zu sagen, mal ein Handtuch gerungen oder so. Ja, so Geste gemacht und haben aber gemerkt, der Gradmesser ist, stimmt es, ja, die Stimmigkeit, auf die kommt es drauf an. Nicht auf die Menge der Taschentücher, die man da verbraucht hat, sondern oder wie laut man geschrien hat und so. Also das war relativ, nach zwei, drei Jahren war das schon mal, war das eigentlich, also jedenfalls da, wo ich gelernt habe im Fritz-Börse-Institut. Und ich war da bei der Frau Hilde Gunn-Heinl in der Gruppe und die hat sehr darauf Acht gegeben, dass es nicht so exzessiv war. Aber jedenfalls, da hatten wir noch mit, da hatte die Gestalttherapie schon noch etwas, sagen wir mal, zu leiden und war ein bisschen verschattet durch ein bisschen zu expressive Art, die der Fritz angeregt hatte. So, jetzt habe ich aber einen Faden verloren. Ich finde das ganz wunderbar, vielen Dank, also dass Sie uns so mit auf diese Reise nehmen, auch als Zeitzeugin, dass Sie einfach, Sie haben Lore Perls kennengelernt, Sie haben diese Berichte auch mitbekommen von ihr, wie Sie Martin Buber begegnet und wie auch dieses Atmosphärische tatsächlich Einfluss hatte und die Gestalttherapie mitgeprägt hat. Und ich merke auch, wie es auch Ihre eigene Biografie und Ihren Werdegang auch mitgeprägt hat. Diese Atmosphäre, die eigentlich immer noch bis jetzt hier in Ihr Wohlzimmer mit hinein war, das finde ich ganz, ganz klasse, dass Sie das so mit uns teilen und dass es hier auch ankommen kann. Das finde ich ganz wunderbar. Vielen Dank auch für diesen Ausflug. Das war jetzt tatsächlich auch in die Geschichte der Psychotherapie. Da liest sich noch einiges an, Annegut. Das wäre auch nochmal ein ganz wunderbares Interview. Vielleicht ist das ja auch nochmal an anderer Stelle ganz interessant, das zu vertiefen. Was ich jetzt gerne nochmal rausstellen würde, ist ja diese Ich-Du-Beziehung, von der eben Martin Buber viel spricht. Sie haben das jetzt schon mal angedeutet, wie das für die Perls selber war. Genau. Ich finde es jetzt auch interessant, wie das so Ihre Arbeit, wie so Ihre Erfahrungen damit sind, wie das einen Einfluss hat auf Ihre eigene Arbeit. Ich möchte vorschieben, wenn ich das selber vermittle, im Unterricht, dann lasse ich dann so eine Paarübung machen und ich fange dann mit dem Ich-Es an. Und da stellen Sie sich vor, der eine ist ein Gutachter und der andere, ja, der ist dran, dass er begutachtet wird. Und also er weiß, er wird kategorisiert und es braucht eine Diagnose und man muss einfach auch mal ganz sachlich mal rüber gucken, was da so läuft oder eben nicht läuft und so. Und also wenn einer gut drauf ist, dann ist er sicher kein Patient, aber dann kann er sagen, naja, was soll schon Schlimmes rauskommen und dann bleibt er gelassen. Aber wenn da irgendwie so ein bisschen eine Verunsicherung da ist, dann, ja, was kommt da hoch, ja, was wird jetzt an Schattenseiten von mir und an Unsicherheit, was wird da jetzt wohl gesehen? Die guckt so ganz neutral. Ich kriege so gar keine Signale, dass alles gut ist. Also es ist ein Angebot, bei dem sehr viele in ihrem Selbstvertrauen in die Knie gehen. Und das lasse ich, da mache ich ein Experiment und es ist dann gegenseitig. Und dann kommt natürlich die Erlösung und dann darf das Ich-Du wahrgenommen werden. Und da heißt es also, es ist ganz wichtig, gegenwärtig zu sein, also nicht hinter einer Rolle verborgen, hinter einer Fassade verborgen oder ich denke an irgendwas anderes, was muss ich übermorgen noch erledigen, sondern ja, jetzt bin ich da und das ist mein Gegenüber und ich bin interessiert an dem Gegenüber und ich bin ihm wohlwollend eingestellt gegenüber. Und das darf es ruhig merken. Und das schicke ich rüber. Es ist schön, dass es sie gibt oder dass es dich gibt. Da würde man innerlich natürlich du sagen. Und das ist eigentlich ganz ähnlich, wie wenn, angenommen, man kriegt ein Baby auf den Arm, ist ganz neu, und ich suche seinen Augenkontakt und sage, es ist wunderbar, herzlich willkommen hier im Leben, es ist wunderbar, dass es dich gibt. Und du musst überhaupt nichts dafür leisten, dass du lebenswürdig bist und es steht dir zu, dass du wertgeschenkt bist. Und wer weiß, was aus dir alles noch werden wird und so weiter. Und was in meinen Möglichkeiten steht, das werde ich tun, damit du den Entfaltungsraum hast, sodass du dir gemäß dich entfalten kannst. Natürlich mit Einschränkung, dass es da auch Antennen geben muss, dass andere nicht geschädigt werden. Aber das ist gut zu leisten, wenn man selber sich angenommen fühlt, existenziell angenommen. Also, um es mal jetzt noch in die Nussschale zu kriegen, ja zum existenziellen Wesenskern, ja zu dieser Person, die eine Kreatur ist wie ich, und da kommt die Gleichwertigkeit auch herein, auf der Ebene, auf dieser existenziellen Ebene. Und nein zu Verpackungsvarianten von, naja, was hat es vielleicht für Überlebensstrategien entwickelt, die vielleicht jetzt nicht mehr so ganz passen und so. Und die ganzen neurotischen Geschichten, die da vielleicht entstanden sind, die sind sekundär. Und das spüren lassen, sodass auch einer, der vom Leben verzaust, da ankommt und einem gegenüber sitzt, dass du merkst, und im Kern ist da eine Chance und im Kern ist es gut. Und ich habe nochmal einen neuen, kann nochmal, hat eine neue Chance und so. Und das spüren lassen, das wäre das Wichtigste. Und spüren, was das für eine Kraft ergibt, wenn ich das spüren lasse. Das ist das Interessante, das spüren lassen, was es für eine Kraft gibt. Diese Haltung, das ist also weniger nur ein Konzept. Das ist kein Konzept, das ist eine Haltung mit meinem ganzen Wesen, so sagt es ja auch Huber immer, der steht immer wieder formuliert in Variation, dass ich im Ich-Du mit dem ganzen Wesen stehe und in so einer Ich-Du-Beziehung. Und die ist haltgebend, die trägt. Und jetzt haben wir noch nicht alle Aspekte, von der Ich-Du-Beziehung benannt. Da gehört ja auch, dass ich, er nennt es Einklammerung, ich würde sagen, es ist ein Hinten anstellen von all dem, was mich ausmacht. Inhaltlich mich ausmacht, biografisch ausmacht oder die offenen Wünsche, die ich vielleicht auch habe. Selbstverständlich, die sind dann unwichtig, sondern ich, das ist ähnlich wie in der Meditation, wenn man auf die Lehre hin meditiert, meine eigenen Sachen, mein eigenes Blabberöffchen, das muss man irgendwo anbinden. Und blabbert, und dann auch geht. Das wird nach Huber, er nennt es, eingeklammert. Das wird nach hinten gestellt. Und das andere ist dieses Umfassen. Umfassen ist mehr als Empathie. Also ich bleibe in mir zentriert, auf jeden Fall, also mit Bodenhaftung zentriert. Und ich gehe zum anderen rüber und schaue, eben in dieser eben erwähnten Einklammerung, also ohne mein Gepäck, das ich vielleicht auch noch habe, ich gehe mit all meiner Einfühlungsfähigkeit, Feinfühligkeit rüber und schaue, wenn ich in seine Schuhe stehe und auf seinem Platz in der Welt, wie geht es mir da? Was würde ich da empfinden? Kann ich ihn einfühlen? Auch mit all seiner biografischen Belastung vielleicht. Und wenn es etwas Schmerzliches gibt, ja, dann ist volle Empathie da. Also Rogers Empathie ist da mit drin, aber es geht eben noch über diese Empathie hinaus, weil ich in der Oszillation bleibe zwischen ihm und mir, das heißt auf dieser inneren Brücke und gebe ihm, wenn er genug Trost bekommen hat, vielleicht auch die Chance mit auf diese Brücke zu kommen, das heißt aus seinem Schmerz heraus und ein bisschen auf einer Meta-Ebene. Und wenn wir jetzt noch die spirituelle Ebene dazu nehmen wollen, Klammer auf, Psychotherapie ist säkular, definiert in Ordnung, aber wenn sowieso ein Zugang zum Spirituellen da ist, dann können wir auch nutzen, dann können wir die Vorstellung, die eben zum Chasidismus gehört, aber auch zum Hinduismus, da ist es beides parallel, können wir die Vorstellung nutzen, dass wir als Teile alle das All-Eine spiegeln, also dass jeder diesen göttlichen Aspekt in sich hat, wodurch auch noch eine besondere Würde bekommt. Und das heißt, dass die Resonanz mit dem All-Einen mitgegeben ist in der Umfassung. Und das ist dann noch die höhere Variante. Und die Babu-Ku war auch eben sehr wichtig. Deswegen, Klammer auf, vor der Klammer zu hat, dieses Ich und Du heißt ja im Englischen I and Thou. Er ist ja im 20. Jahrhundert übersetzt. Warum heißt es I and Thou? Thou ist die Anrede Gottes seit Shakespeare's Zeiten. Ja, Shakespeare's Zeiten sind vorbei. Also hat Buber Wert darauf gelegt, dass diese spirituelle Ebene nicht verloren geht. Ich weiß nicht, ob das allgemein reflektiert wird, aber in seinen Schriften kann man das sehr wohl herausfinden. Und weil ich eben auch gesagt habe, es ist auch im Hinlesen oder in den alten vedischen Schriften zu lesen, Gestalttherapie ist ja auch eine Auseinandersetzung mit der Zen-Kultur. Und ich glaube, das nimmt sich nichts. Das ist sowohl der Einfluss von Chalitismus wie von Fernost da drin. Und dem haben wir ja auch viel zu verdanken, gerade auf der Bewusstseinsebene. Da ist noch etwas, was ich bei Buber jetzt nicht gefunden habe. Diese Kultur oder Interreg kann man sich schon, gut, ich kann ja nachher nochmal drauf zurückkommen. Die Bewusstseinsebene, damit meine ich, dass wir uns in der Gestalttherapie ja uns darauf trainieren, sowohl in aller Achtsamkeit, früher hat man von Gewahrsein gesprochen, aber jetzt ist Achtsamkeit üblich, sowohl den Fokus zu konzentrieren, also mein Bewusstsein zu fokussieren auf etwas, und das bringt ja die Vordergrund-Hintergrund-Dynamik in Gang. Was ich fokussiere und damit mit der Aufmerksamkeitsenergie lebendig mache, bringe ich in die Existenz, Existere, herausstehen. Das lasse ich herausstehen aufgrund der Energetisierung. Und dann, wenn ich mich wieder abwende, geht es wieder relativ in den Hintergrund. Das ist das eine. Und das andere ist ja die Weitstellung. Aber eine hochenergetisierte Weitstellung, das heißt, ich mache mich empfänglich für etwas, was von außen kommt und kann dadurch meine innere Schwelle auch verändern, so ähnlich wie man nachts die Sterne sieht. Am Tag sieht man sie nicht, am Tag würde man schwören, es gibt keine, aber es gibt sie sehr wohl. Meine innere Schwelle muss sich verändern, um wahrnehmungsfähig zu werden. Und das, wenn ich also Weit stelle, dann bin ich wahrnehmungsfähiger. Und das brauche ich ja, um diesen anderen zu erkennen in der Umfassung. Also das ist indirekt beim Uwe auch drin. Aber es ist vielleicht nicht so abgeleitet. Aber man kann dann eine Parallele finden. Und das finde ich schön, weil wir das, das ist hilfreich. Wieder ein kleiner Einschub in der psychodynamischen, also in der Psychoanalyse haben wir das in der Gegenübertragung auch ein bisschen drin, dass wir versuchen, wachsam zu sein und schauen, nehmen wir etwas wahr, was vielleicht mein Gegenüber selber gar nicht wahrnimmt, was er weggedrückt hat an Ärger, an Angst, an Wünschen, an was weiß ich, nehme ich da plötzlich was wahr, fange ich was auf. Also da haben wir das Phänomen auch. Vielleicht nicht so zugeordnet, wie wir das eben in der Gestalterabie machen, aber es ist auch da, und das ist gut so. Und da gibt es auch eine lange Tradition. Und das würde ich auch sehr schätzungswert finden. So, jetzt muss ich mal gucken, was habe ich nicht beantwortet von der Frage? Naja, wo Sie die Beziehung ich und du und das Zweite in Ihrer Arbeit gefunden haben. Also ich finde, Sie haben jetzt ganz wunderbar noch mal skizziert, diese verschiedenen Ebenen, wie das auch im dialogischen Prozess Fuß fasst, auch in der Gestalterabie. Ich finde, das war jetzt eine ganz großartige Skizze von dem, was für Ebenen das auch tatsächlich umfasst, diese Schwingungsfähigkeit, die da ist, auch die Fähigkeit des Therapeuten, sich ein Stück weit zurückzunehmen, aber ganz präsent zu sein. Und dann aber auch die Ebenen des größeren Zusammenhangs, also die Fokussierung, aber auch des größeren Zusammenhangs zu erfassen, die Umfassung auch. Also ich könnte es überhaupt nicht besser, wie ich es gerade gehört habe. Danke dafür auch. Das war noch mal eine gute Zusammenfassung von dem Ich-Du-Prinzip. Jetzt ist es aber auch so, dass es ja die Ich-Ehes-Beziehung gibt, Sie hatten es ja auch angedeutet, die manchmal ja auch wichtig ist in der Arbeit, vielleicht etwas Dienendes auch sein. Genau. Wo haben Sie denn da Erfahrungen mit gesammelt? Naja, ich bin ja Psychiater und ich komme ja aus der Schulmedizin und da muss man da ja ordentlich seine Diagnosen machen. Die Kulachterin sein. Und Gutachterin sein, genau. Und also ich habe versucht, wenn ich jemanden zu begutachten hatte, eigentlich auch schon bevor ich Gestalttherapie gemacht habe, es demjenigen nicht zu schmerzhaft oder dass der sich auch nicht schämen musste. Ich habe versucht, also eine bejahende Beziehung immer auch schon, also nicht zu viel, aber doch dezent beizubehalten, auch wenn ich begutachten musste, weil ich mich hineinversetzen konnte, dass das also unangenehm ist. Aber jetzt möchte ich mal eine Lanze für das Ich-Es brechen, denn wenn wir kein Ich-Es hätten, wenn wir nicht das Ich-Du nicht fein regulieren könnten, wenn wir es nicht dimmen könnten, könnten wir die Nähe-Distanz-Regelung nicht feinfühlig hinkriegen. Wir brauchen dieses Herunterdimmen und ich möchte das, also wenn ich mir das physikalisch vorstelle, ich bin ja auch von der Ecke geprägt, dann kann man sich vorstellen, Herunterdimmen geht natürlich auch mit weniger Begeisterung, aber man kann etwas auch richtig auslöschen, eine Schwingung auslöschen, wenn ich einfach Stellung vor Beziehung ist Schwingung und wir haben dann eine Sinuskurve und wir machen einfach eine halbe Phasenverschiebung, dann löft sich die Schwingung aus. Das ist dann eigentlich wie Abtöten. Ich brauche aber auch Abgrenzungsfähigkeit, wir brauchen das alle und wenn es darum geht, dass wir spüren, da kommt etwas auf mich zu, das ist wirklich nicht meine Identität und ich will das auch nicht an mich rankommen lassen, ist es wichtig, dass wir dieses Nein, es ist physikalisch gesprochen ein Nein, wenn ich das Beziehungsangebot nicht annehmen möchte, das da auf mich zukommt und sagt, das ist nicht meins. Das ist absolut notwendig und es ist einfach, Sie haben auch gerade das als dienende Funktion angesprochen, es ist wichtig, dass wir ein Nein im Dienste des Jahres zur Verfügung haben. Da wären wir ja schon mitten in der organismischen Selbstregulaktion. Ja, und wir haben ja dieses theoretische Konstrukt des Kontaktzyklus von Fritz Perls bekommen und auch sein Krisenzyklus und wenn man das noch nachdifferenziert, dann kann man sie parallel schalten, ich habe das versucht und ich glaube, wir können das dann auch einblenden, dann kann man sagen, also der Kontaktzyklus, der hilft uns erstmal spüren, was ist im Ungleichgewicht in mir, was ist es denn, fehlt da etwas, was brauche ich, was muss ich mir von der Umwelt hereinholen, wenn es das gibt, habe ich das, erkenne ich das, gab es das schon mal, also muss man einen Speicher abtasten, habe ich dadurch ein Suchbild oder habe ich noch gar keins, muss einfach von der Qualität her abtasten, dann muss ich natürlich das Umfeld, dann werde ich ganz, wie Perls sagt, so Auge und Ohr und so, ich werde ganz der Suchende oder die Suchende Funktion und da spielt also die Musik und das ist dann die Gestalt, da ist die Energie zentriert, überall wo die Energie zentriert ist, entsteht die Vordergrundgestalt, also ich bin da in der Suchreaktion, Cherche Lafamme zum Beispiel, würden die Franzosen sagen, wenn es darum geht, Partner zu suchen, man sucht ja nicht nur Essen und Trinken, sondern man sucht auch eine emotionale Resonanz oder eben Partner oder auch geistige Nahrung, was ist mir gemäß, das brauche ich jetzt an geistiger Stimulation oder an Zugehörigkeit, wer passt zu mir und so, also wir haben auf allen Ebenen, haben wir ja Suchreaktionen und dann habe ich was gefunden, aber ja, ein Teil passt, ein Teil nicht, dann komme ich in so ein Konfliktfeld, lasse ich es lieber und gehe rückwärts und gehe nochmal suchen oder lasse ich mich darauf ein, naja, wird es vielleicht nicht so schlimm mit dem Schattenteil, kann man ja mal probieren, ja, also das kommt darauf an, wie viel Frustrationstoleranz habe ich, bin ich schon sehr ausgehungert und nehme, was ich kriegen kann, ja, und nehme, und gebe den Kompromiss ein und zahle einen hohen Preis, ja, dass ich da auch irgendwas so im Gepäck mit noch drin habe, was so gar nicht passt, gut, da sehen wir nachher weiter, aber vielleicht bin ich also glücklich, da ist etwas, was einigermaßen passt und dann ist natürlich dann das Du im Vordergrund, das wird geschnallt und das ist eine Art Glückseligkeit und wie gesagt, nachher muss ich ja natürlich nachdifferenzieren und erst mal bin ich glücklich, da gibt es ein Wir mit einigen inneren Feldern und das andere, das tun wir erst mal nach außen, dass das nicht passt, aber das muss nachträglich, muss das auch integriert werden und dann kommt es darauf an, gelingt es ausreichend, ja, dass wir mit all dem, was so weniger gepasst hat, doch irgendwie unsere Kompromisse gefunden haben, vielleicht auch was noches Drittes, auch gut, so, dann verarbeiten das zusammen, aber es kann auch sein, das passt nicht und ich mache wieder die Reise rückwärts, also in diesem Zyklus, da geht es auch schon mal zurück und macht einen neuen Anfang, so, und das allerletzte im Zyklus ist dann, wenn es, wenn ich dann doch dabei bleibe, wir sind, ich habe eine neue Identität bekommen, wenn ich gehöre jetzt oder ich habe meine Identität erweitert oder ich gehöre zu jemand oder zu einer Gruppe und so, dann geht es um die Alltagserprobung und was mir jetzt wichtig war, das war bei Pearls nicht so, dass dann, wenn so ein Zyklus rum ist, ein Innehalten sein sollte, damit es nicht gerade so ein Hecheln durch ein Hamsterrad wird, sondern Innehalten, wow, es ist etwas geglückt und wenn etwas geglückt ist, kommt Dankbarkeit auf und ich denke, das ist sehr wichtig, damit das Leben insgesamt glückt, deswegen habe ich in meinen Zyklen in der Mitte dann eine Phase eingebaut, noch im Zentrum sein Gleichgewicht wahrnehmen und meistens klopft dann schon das nächste an und die Reise geht weiter und das war jetzt der Zyklus vom Kontakt und der andere Zyklus ist ja der, bei Pearls noch, Krisenzyklus genannt, wo ich erkenne, in mir stimmt irgendwas nicht, in mir ist irgendwas, liegt schräg, das ist dissonant und ein Symptom oder die Stimmung ist runtergegangen oder ich habe ein Verhaltensweisen, ich habe ein Suchtverhalten oder irgendwas kreiert oder so und das, also es muss was geändert werden, ja, dann kommt es ja erst mal darauf an, was liegt denn quer, was ist es denn und für mich ist immer der Einstieg, was hat jemand einem anderen Impuls verboten zu sein, also diese existenzielle Frage, was darf nicht sein, so, was muss denn in den Keller runter und das wird natürlich dann zum Monstrum und tobt und was weiß ich und findet irgendwelche anderen Zugangsweisen in einer veränderten Form. Naja, und dann, wie wir in der Gestalt das ja machen, dann wird das Konfliktfeld aufgefächert und mit jedem Teil und da brauchen wir wieder diese innere Einstellung, sich einzufühlen, also das Sonstige, die Alltagsidentität erst mal weg und einfühlt, was ist das denn, was da brach liegt oder entstellt mir da entgegenkommt, wenn ich mich hineinversetze, was will ich dann, wonach ist es mir, was für ein Impuls ist das denn, wo kenne ich denn her, wo gehört der hin und komme über die assoziative Kette in die Situation, wo das mal besonders prägnant war, das Gefühl und hole die Szene her und dann können wir ja im Rollenspiel und wobei sich die Teile ja immer auch noch weiter verändern, können wir sehen, was hat denn da einmal nicht sein dürfen und was ist es denn wirklich und im Kern ist es vielleicht etwas Wertvolles, was ist das Wertvolle in dem, was ausgegrenzt worden ist, lässt sich das wieder integrieren, wo hat das seinen Platz und so versuchen wir ja das auch zu lösen, was im inneren Kampf untergegangen ist und verletzt wurde und entwertet wurde und dann kann es sein, dass ich entdecke, oh, also da ist etwas, es war etwas Wertvolles drin, aber vieles passt nicht mehr, was ich vielleicht an Ansichten hatte oder an Vorurteilen oder was ich bisher gemacht habe, vieles passt nicht mehr und okay, wenn ich das loslasse, wer bin ich dann? Und dann kommen wir in diese, was Fritz Todeszone genannt hat, wenn ich überidentifiziert war mit etwas, was ich jetzt loslasse, ja, wer bin ich dann? Und dann ist es ja so wichtig, dass wir als Therapeuten diese Unsicherheitstoleranz kultiviert haben und unseren Patienten oder so mit hineinnehmen, dass der die Gelassenheit hat, lange Zeit oder so lange wie er braucht, hinzuspüren, okay, was taucht denn auf von innen? Erstmal sehe ich nichts, erstmal stehe ich im Nebel, aber dann taucht etwas von innen her auf und ich werde mich nicht auch gleich draufstürzen, sondern vorsichtig fragen, wer bist du denn? Was bist du denn? Und so, ja. Und lasse zu, dass es zu einer inneren Selbstorganisation kommt, die ich nicht forsiere, sondern aus dem, was in mir Bejahendes da ist, sich konstelliert. Ich vergleiche es jetzt auch, wie sich die Gestalttherapie heraus, wie die geboren worden ist in den Jahren zwischen 36 und 51, das war ja in der Zeit, das war ja auch eine Geburt aus all den Aspekten, die etwas Sinnvolles zu haben scheinen und etwas Vertrauenswürdiges und aus all dem hat sich die Gestalttherapie herkonstelliert. Gut, wieder zurück zum Prozess und so entsteht die Geburt der Identität, der neuen Identität und ich werde ermutigt, dadurch loszulassen, was nicht mehr stimmt und krank macht. Und vergleichbar ist es, das hatten wir vorhin kurz angesprochen, wenn jemand fragt, was ist Leben? Und das war die Frage von Erwin Schrödinger, der Nobelpreisträger, der sehr philosophisch orientiert war, trotz Quantenphysiker sein. Wenn der fragt, was ist Leben? Hat er geantwortet, naja, wir sind ein offenes System, das von außen immer etwas noch nachbraucht, um zu existieren zu können und das aber auch an das Umfeld auch wieder etwas abgibt. Und wenn wir beide Zyklen zusammennehmen, dann dienen beide Zyklen dieser Definition. Und ein offenes System, man muss noch ergänzen, ist eines, das unter Verbrauch von Energie seine Ordnung aufrechterhält, entgegen der Entropie, entgegen dem sonstigen Verfall in Wärmetod. Also es ist ein Lebensprinzip, ein Antitodprinzip. Und diesem Prinzip dienen beide Zyklen, wenn ich die hintereinander schalte oder verkopple. Und das ist das Zentrum der Gestalttherapie und ich finde, das ist von erkenntnistheoretischer Reichweite, wie man sie gar nicht mehr toppen kann. Großartig. Und verbindet Naturwissenschaften und eigentlich auch Spiritualität und worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben, was die Philosophen dazu sagen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen viel. Ja, das ist auch das Umfassende. Also da haben wir das ja auch wieder. Also ich finde, das erinnert mich auch an das Bild von Martin Buber, das Ein- und Ausatmen, das Wasser hat. Also die Welt auch innehalten, innenehmen. Also das hat ja auch... Einnehmen und wieder loslassen. Das Rhythmische, es war ja auch so gegeben, diese Bewegung, diese Schwingungsfähigkeit, wo wir ja auch eben schon von gesprochen haben. Und was mir besonders gefällt, was immer wieder auch bei Ihnen gerade rauskam, ist dieser Moment zwischen dem Ein- und Ausatmen, wo mal nichts ist. Oh ja. Wo auch die Chance ist, dass sich eine neue Identität vielleicht entfalten kann und das auch zu entfassen, diesen Raum dafür zu... und dafür Vertrauen haben. Es wird kommen, wenn ich es zulasse. Ja. Und da können wir auch sehen, wie wichtig dieser Moment des Nachkontakts ist. Ah ja. Dieses Innerhalten, wenn etwas befriedigt wurde, auch mal, ich bin jetzt mal satt. Ja. Ja. Oder ich habe eingeatmet, mein System ist genährt. Es ist ein neues Gleichgewicht entstanden. Genau. Und dem Raum zu geben, das finde ich noch mal eine schöne... Danke. Eine schöne Essenz. Danke. Ja. Ich würde gerne auch noch mal ein kleines Zitat von Martin Buber herausnehmen, wo auch noch mal dieses Wesenhafte für mich noch mal deutlich wird oder auch gerade in Bezug auf, finde ich, deutlich auch von psychiatrischen Fällen. Ich habe hier ein Zitat, wo es da heißt, von Ich und Du, Martin Buber, es gibt keinen bösen Trieb, bis sich der Trieb vom Wesen löst. Der ans Wesen geschlossene und von ihm bestimmte Trieb ist das Plasma des Gemeinlebens. Der abgelöste ist dessen Zersetzung. Und da wird für mich auch noch mal deutlich, dass diese Abspaltung vom Wesen, vom Wesenhafte, eigentlich das Krankmachende ist. Und das ist dann im Umkehrschluss, wenn wir jetzt mal die Gestalttherapie und die dialogische Gestalttherapie noch mal herausheben, ist vielleicht genau das, das Wirksame, dass wir im Dialog, im dialogischen Prozess, wie wir es ja auch gerade hier haben, so dieses Wesen des Gegenübers wirklich deutlich anerkennen. Das haben Sie ja auch schon mehrfach betont. Auch würdigen ist Wesen. Und genau da an der Stelle, wo es eigentlich abgespalten ist, zwischen Trieb oder Bedürfnis und Wesen. Ja, also die Fragmentation ist lebensfeindlich. Und das Ich-Es fragmentiert, aber wir brauchen es in homöopathischen Dosen zum Kultivieren. Also noch mal, das Es, wenn das Es dem Ich dient, ist es okay. dann können wir sagen, dann schaffen wir einen differenzierten, komplexen Organismus. Und ja, also nicht nur intrapsychisch, sondern auch zwischenmenschlich und kollektiv und so. Also ohne homöopathische Fragmentierung oder ein homöopathisches Nein werden wir es nicht schaffen. Aber wenn es überhand nimmt, gegenüber dem Du, wird es Hölle auf Erden. Also jetzt muss ich ganz, jetzt muss ich an Holocaust denken. Wenn ich als KZ-Aufseher mich dafür trimmen lasse oder vielleicht bin ich auch von vornherein so traumatisiert, dass es mir nahegelegen hat, dass ich die Beziehung zu anderen auf Null schalten kann und die als Gegenstände oder Untermenschen hat man damals gesagt, als Nummern ansehe, wenn ich in der Weise verformt worden bin oder mich habe verformen lassen, es mag beides geben. dann ist der Hölle auf Erden. Und jetzt muss ich als Gänsehaut ein nicht ganz so krasses Beispiel, aber krass genug, im Dritten Reich gab es ein Buch die deutsche Mutter und ihr erstes Kind und in hoher Auflage haben alle gekriegt und da wurde propagiert, man muss bei Zeiten das Kind an Ordnung heranführen und an Disziplin und es gibt drei Mahlzeiten am Tag oder lass es fünf sein und nachts muss die Pause so und so sein und die Kinder schreien lassen das tut den Lungen gut die schickt man dann wenn man selber nicht aushalten kann in die Besenkammer und so und da wurden die Frauen praktisch ihr Gewissen wurde überformt und wir haben und es sind Millionen mit dieser Gesinnung aufgewachsen in Deutschland also wir haben eine gewisse Vorschädigung gehabt bei den oder das ist auch noch nachgedruckt worden in den 40er und 50er Jahren sogar also wenn Kinder so aufgewachsen sind dass nicht auf ihre Bedürfnisse eingegangen ist dass diese Ich-Du-Beziehung nur ganz dünn wenn überhaupt rübergekommen ist das macht mit einem Menschen etwas dann ist der anfällig sich selber so zu verhalten Das ist interessant weil das ja auch ein Stück weit die Gesellschaft geprägt hat eben das ist ja das die Folgen davon sehen wir heute das sind die Resultate auch ein Stück weit ein sehr mechanistisches Denken was ja auch schon überhand nimmt oder wir leben ja auch kollektiv gesehen könnte man sagen in einer multiplen Krise oder in vielen verschiedenen Krisen die vielleicht anfangen oder wir mittendrin sind und das was denke ich bei dem einzelnen da auch ankommt oder gerade am stärksten wirkt ist meines Erachtens auch so die Angst in den eigenen Abgrund zu fallen was sie denke ich auch viele Erfahrungen mit gemacht hat Menschen die diese Angst leben oder sich auch in diesem Abgrund gar befinden und ich frage mich dann auch auch wenn sie diese dieses dieses Buch als Beispiel nehmen dass dahinter ja tatsächlich auch das Bedürfnis nach Anerkennung steckt ganz einfach ganz menschlich gesehen das Bedürfnis nach Anerkennung nach Angenommen sein und darüber hinaus und das ist jetzt auch nochmal die spirituelle Ebene darüber hinaus vielleicht auch das Bedürfnis nach Ganzheit nach einer ganzheitlichen Erfahrung oder vielleicht sogar eine tiefe Sehnsucht danach was ja auch ein Antrieb sein kann etwas was uns umtreibt diese Sehnsucht ein suchen auch danach was ist so ihre Erfahrung damit also die ich du Ebene schafft ja sofort eine relative Ganzheit eine unter Ganzheit von zwei oder beziehungsweise von wenn man eine Gruppe macht dann war mir immer wichtig dass erstmal die Gruppe zu einer Ganzheit wird im Sinne einer heilenden Matrix das heißt ich habe das erste Wochenende dazu verwendet dass alle sich kennenlernten in einer spielerischen angstfreien Weise habe da ziemlich vorstrukturiert ja konnte keiner konnte was falsch machen ja und jeder konnte sich auch von seiner guten Seite zeigen und das andere kommt noch ja also das verdrängen wir nicht aber das kommt noch und die allererste Übung war immer was ist mir im Leben geglückt ja also man konnte sich auch von und auf was bin ich stolz und wenn diese Ganzheit also das Gefühl von Ganzheit von der Gruppe entstanden ist dann war sie so tragfähig für das Leid von das dann in Einzelarbeiten von traumatisierten Leuten oder jemand ist aktuell gerade was weiß ich erlebt eine Scheidung oder Kind ist gestorben also schlimme Sachen schon die waren so tragfähig und tröstend sodass das aufgefangen werden konnte in dieser auch nur ein Unterganzes Teil Ganzes Das ist interessant also auch als Basis etwas was dann auch tragend ist um vielleicht auch leidvolle Erfahrungen zu lassen eben dann traut sich jemand zu sagen ja also ich habe das und das erlebt und ich mag es gar was weiß ich was mein Vater oder was gemacht hat genau und das ist auch meiner Erfahrung nach genau das was in einem Heilungsprozess finde ich auch aus gestalter therapeutischer Sicht tatsächlich geschieht ist nämlich diese Erkenntnis oder die Gegenwärtigkeit dass leidvolle Erfahrungen genauso Platz haben wie wunderschöne Erfahrungen ja Weideugigkeit genau dass diese auch da wieder eine Schwingungsfähigkeit zwischen dem der also das 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 ist Heilungsprozess diese Gegenwärtigkeit da und ich habe da von diesem Schwingen zwischen den beiden auch nochmal ein schönes Zitat rausgesucht von Buber was ich gerne auch nochmal anbringen möchte vielleicht auch um es damit auch ein Stück weit abzurunden für heute wenn es noch bekannt ist weil diese Schwingungsfähigkeit zwischen den leidvollen Erfahrungen oder Beideugigkeit und auch den schönen Erfahrungen ist ja etwas was im Endeffekt mit Freiheit zu tun hat um dieses große Wort mal noch hinein zu nehmen und dazu sagt Buber den Menschen dem die Freiheit verbirgt ist bedrückt die Ursächlichkeit nicht er weiß dass sein sterbliches Leben seinem Wesen nach ein Schwingen zwischen Du und Es ist und spürt dessen Sinn es genügt ihm die Schwelle des Heiligtums darin er nicht verharren könnte immer wieder betreten zu dürfen ja dass er es immer wieder verlassen muss gehört ihm innig zum Sinn und zur Bestimmung dieses Lebens dort an der Schwelle entzündet sich in ihm immer neu die Antwort der Geist hier im unheiligen und bedürftigen Land hat sich der Funke zu bewähren hier im unheiligen bedürftigen Land hat sich der Funke zu bewähren da fällt mir so ein wie wichtig oder was für eine zentrale Zielvorstellung ist dass wir die Menschen zur Wahlmöglichkeit bringen dass sie selber wählen können dass sie die innere Freiheit haben dieses oder jenes zu wählen und raus aus jeglichem Automatismus das heißt natürlich wenn sie wählen wonach also nach welchen Werten wähle ich und auch diese Wertsetzung soll ja aus einer Freiheit geschehen Freiheit die erfahrungsangebunden ist also bekenne ich mich dass ich nicht schädigen will sondern also im Rahmen dass ich nur der Liebe dienen will oder die Liebe vermehren will und so und bekenne ich mich dass ich dem anderen Freiraum geben möchte oder so zu welchen Werten bekenne ich mich also da wären wir auch was was alle humanistische Verfahren eint Wertorientiertheit welchen Sinn glaube ich hat mein Leben und kann ich entscheiden dass ich diesen Sinn nähere ja diesen Sinn nähere also das Sinn stiften den auch rauszugeben genau das mit dem unheiligen Land hat sich der Funken zu bewähren also da wo ich wo ich vielleicht merke da gibt es schwierige Geschichten und genau da vielleicht auch als Therapeutin als Gestalttherapeutin da zu sein und zu sagen und ich halte diesen Funken lebendig und da an dem Punkt merke ist ich ist Gestalttherapeutin sein oder Gestalttherapeutisch arbeiten so wertvoll ja genau genau ja dankeschön gibt es noch etwas was Sie gerne unseren Zuschauern und Zuhörerinnen gerne mitgeben ich freue mich schöner das würde ich noch interessieren ja Sie gerne auch zu diesem Thema gerne mit auf den Weg gehen möchten ist eher was Praktisches aber ich war jetzt gerade angeregt durch das was Sie zuletzt gesagt haben das ist wenn jemand Schlimmes erlebt hat und in Gefahr kommt natürlich sich mit dem Aggressor zu identifizieren und genau das Schlimme weiterzugeben also dann fällt es oder dann haben wir die besondere Chance dass wir mit dem leidenden Anteil der vielleicht schon fast nicht mehr wahrnehmbar ist aber in die ich Beziehung gehen ihn aufrichten und ihn zu helfen Hilfe nehmen dass der Betroffene sich mit dem aufgerichteten der dieses Leid nicht weitergeben möchte identifizieren und dadurch rauskommt aus der Identifikation mit dem Aggressor nicht selber ein Satist wird sondern okay also ich sage immer nicht Fahnenfrucht begeht sondern auf seinem Original Platz bleibt aber groß wird und stopp sagt und das finde ich kann man aus der Haltung aus der Bubischen Haltung besonders gut vielen Dank vielen Dank für dieses großartige Gespräch für all Ihre Erfahrungen Ihre Weisheit da drin danke für die liebevolle Fragenstellung oder auch bitte schöne Zitate und hinterher wird uns beiden viel einfallen was wir hätten noch anders machen können es wäre zu viel und man muss sich bescheiden können ja und vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten oder auch andere Menschen die dazu noch etwas sagen können ja alles Gute für diesen schönen Kongress den Sie ja vorbereiten danke auch fürs Zudat das ist so das ist das das Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020